Mein Name ist Marvin Meier. Ich bin einer der beiden Inhaber der R&V Generalvertretung Naumann & Meier GmbH in Hadamar bei Limburg. Gemeinsam mit meinem Geschäftspartner habe ich Anfang 2023 die R&V Generalvertretung gegründet. Mein Name ist Oliver Naumann. Ich bin ebenfalls Inhaber der Naumann & Meier GmbH. Die letzten zehn Jahre war ich für die R&V als Angestellter tätig im Bereich Krankenversicherung und das Ganze bundesweit. Vor der Unternehmensgründung war ich insgesamt 15 Jahre im Angestelltenverhältnis der R&V tätig. Die damaligen Schwerpunkte lagen auf betrieblichen Risikoanalysen und dem Kreditversicherungsbereich. Spezialisierung bedeutet für mich, dass die Mitarbeiter in ihren festgelegten Aufgabenbereichen ein sehr hohes Know-how aufbauen und entsprechend spezialisierte Lösungen anbieten können. Wir können hier in unserer Agentur auf 160 Jahre Erfahrung im Versicherungsbereich zählen und somit wirklich jedem Kunden bedarfsgerecht helfen. Mein Name ist Dennis Heilmann. Ich bin der Leiter Privatkunden und koordiniere hier den Außendienst in unserer Generalvertretung. Zu unserem Außendienst-Team gehört zu einem die Daniela, die Daniela Amato. Sie ist zuständig für unser Gewerbekundengeschäft. Der Katalin Badika ist im Bereich der Privatkunden tätig und zu guter Letzt den Stefan Stuller für den Bereich Agrar und auch das Privatkundengeschäft. Unser Innendienst-Team besteht zum einen aus unserem Büroleiter Herrn Thorsten König, der hier in der Agentur als erster Ansprechpartner fungiert, ihr Anliegen aufnimmt und es an den jeweiligen Spezialisten weiter überträgt. Zudem haben wir die liebe Annette Meurer, die bei uns für die Schadenabwicklung zuständig ist. Wenn sie einen Schaden haben, ist sie mit Rat und Tat an ihrer Seite. Zu guter Letzt haben wir mit unserer lieben Sonja Fechner jemand für unser Kfz- und vier Räder hat. Genau dafür ist sie zuständig. Wir betreuen derzeit bundesweit ca. 3000 Firmen und Privatkunden. Das geht vom Berufseinsteiger bis hin zum mittelständischen Betrieb mit ca. 100 Mitarbeitern. Mein Name ist Rainer Thorn von der Firma Enertec GmbH und Koga G und wir sind im Bereich Photovoltaikanlagen tätig. Mein Name ist Janik Horn. Ich bin der Sohn von Rainer Thorn und werde zusammen mit meinem Bruder in der zweiten Generation die Firma übernehmen. Die Schwerpunkte sind die Mitarbeiterversicherungen, der Fuhrpark und Bürgschaften. Wir haben ein sehr junges, erfahrenes Serviceteam, das so ein bisschen das Steckenpferd unserer Firma ist. Mit der RMV wirklich von der ersten Stunde an. Ich freue mich in der Zukunft auf eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Generalagentur Naumann & Meier. Wir zählen zu den größten RMV-Agenturen Deutschlands und wir sind der Meinung, dass jeder Kunde bei uns extrem gut aufgehoben ist.